hey ich bin's wieder chris und danke für dein abo sarai brautmoden schön dass du dabei bist ja und heute mal mit fünf gründen fünf guten gründen warum ich ja jedem der youtube videos macht nur empfehlen kann alle seine kommentare so lange wie es geht zu beantworten ja und zwar nehme ich mir immer so jeden zweiten tag meistens mehr mal 15 minuten zeit um eben die kommentare unter meinen youtube videos zu beantworten und macht das dann meist hier über youtube studio in den kommentaren hier da geht das sehr schön und dann weil da manchmal nicht alle drin sind noch mal zusätzlich hier über die youtube startseite über die glocke wenn ihr auch die benachrichtigungen von den kommentaren angezeigt da tue ich ja noch die restlichen beantworten ja dann kommen wir auch schon zum ersten guten grund warum ich das ganze mache und ja der ist es fördert das youtube wachstum und zwar ja kriegen wir ja oft wenn wir eben kommentare beantworten dann doch mal noch den einen oder anderen like mehr auf unserem video weil das video dann bei demjenigen dem wir den kommentar beantwortet haben mehr im kopf bleiben derjenige vielleicht auch dankbar ist für die gute antwort die wir gegeben haben und deswegen bringt es dann auch oft noch mehr aufrufe habe ich beobachtet weil derjenige wie gesagt das video mehr im hinterkopf hat das ganze dann auch eher mal noch teilt oder sich öfter mal noch anguckt oder auch wo ich was ich so das gefühl habe auch je mehr kommentare es unter einem video sind oft kommen ja manchmal richtige gespräche zustande dass man jemandem was antwortet der antwortet wieder darauf dann antwortet man selbst wieder darauf und da habe ich auch so ein bisschen das gefühl wenn die videos mehr kommentare haben dass sie dann auch noch mehr aufrufe bekommen so und wenn ja das youtube die videos dann lieber mag ist auch so mein gefühl kann auf jeden fall sagen dass es das wachstum allgemein fördert ja der zweite gute grund ist ja dass man mehr neue abonnenten bekommt und zwar ja wenn wir jetzt einen kommentar beantworten und ja und derjenige ja hat es ist uns dann dafür wie gesagt ja dankbar dann tun die leute auch eher bei uns ja abonnieren weil sie da eben ja noch eine lösung bekommen haben und in den kommentaren dann noch mal fragen geklärt werden und es und zusätzlich haben wir auch eine bessere ja mehr abonnenten bindung von auch von unseren bestehenden abonnenten die vielleicht öfter unsere videos gucken ja weiß natürlich wissen dass wir auf sie eingehen und da auch noch mal fragen zum video noch mal mehr klären und wie gesagt das ist ein bisschen diese dankbarkeit und da entsteht einfach eine bessere bindung so ein besseres verhältnis ja somit mehr abonnenten weniger abonnenten auch die abspringen auch ein großer vorteil finde ich ja der dritte gute grund ist für mich auf jeden fall noch ja die neuen video ideen und auch verbesserungs ideen und zwar kriege ich oft auch durch kommentare von euch zum beispiel ja neue video ideen wenn jemand eine spannende frage stellt oder ja noch irgendeinen tipp oder so reinschreibt dann kriegt man dadurch oft mal noch eine gute video idee wenn man so merkt aha das interessiert hier noch ein paar oder interessiert sogar mehrere leute sieht man dann oft in den kommentaren und bekommt dann gleich ideen für gute videos die man als nächstes mal noch machen könnte und natürlich auch verbesserungs ideen dass manchmal leute natürlich auch in die kommentare ja gute ja verbesserungs vorschläge ja reinschreiben wie man dann eben seinen youtube kanal noch verbessern kann und dann auch auf ein neues level kommen kann weil am ende ist ja das feedback in den kommentaren von unseren youtube zuschauern und abonnenten ja somit das wichtigste wo wir auch zu sehen ja was ist gefragt was kommt gut an und so und ja der vierte gute grund ist für mich auf jeden fall auch noch ja dass wir falsch aussagen erklären können und somit natürlich dann auch unsere glaubwürdigkeit erhöhen und zwar werden ja manchmal unter youtube videos auch ja kommentare geschrieben die jetzt nicht so wirklich stimmen oder manchmal zum beispiel auch hate kommentare oder sowas oder es werden fragen reingestellt die dann so ein bisschen fragwürdig eben sind und wenn man jetzt diese kommentare einfach so im raum stehen lässt dann gucken sich halt viele unsere videos an sehen an diesen kommentar unter dem video und manche glauben dann halt das was da jemand kommentiert hat und somit ist es oft besser das nicht einfach im raum stehen zu lassen sondern darauf zu antworten auf diesen kommentaren das ganze einmal eben zu klären und dann da eben zu erklären warum es so ist und wie es wirklich ist und somit kann man da noch mal die glaubwürdigkeiten das vertrauen auch erhöhen von den zuschauern in eben unsere videos und uns und unseren kanal ja und der fünfte und letzte gute grund warum ich eben unbedingt ja empfehle kommentare immer wenn es geht zu beantworten und es auch selbst mache ist eben dass wir auch natürlich als affiliates ja mehr affiliate provision noch machen können weil es ist nicht selten so dass wenn wir jemanden in den kommentaren auf seinen kommentar antworten und er uns dann dankbar ist dass er dann eher gewillt ist von uns eine empfehlung anzunehmen oder doch mal auf den link in der video beschreibung zu klicken und was ich auch öfter mal erlebe dass ja manchmal sogar leute in den kommentaren fragen ja ob sie jetzt einen link noch bekommen können zum beispiel zu der seite die im video gezeigt wurde oder dass sie wirklich da noch nach einem link oder einem tipp oder einer seite oder so fragen somit kann man da auch ein fehlt link ja in die kommentare da quasi antworten und somit ist auch noch mal mehr provision drin also ja ich finde es hat echt viele vorteile und ja wenn ihr wissen wollt was mir geholfen hat von 0 bis zu 226 euro provision am tag zu kommen da verlinke ich auch noch unsere trainings lager hier habe ich uns ja dokumentiert was mir dazu geholfen hat und ja was was seht ihr da noch für gute gründe vielleicht warum man youtube kommentare beantworten soll ja was sind da so für euch noch gründe wie macht ihr das ganze vielleicht schreibt es gerne in die kommentare und ja für noch mehr so youtube tipps um noch mehr geld auf youtube zu verdienen und da auch schneller zu wachsen verlinke ich auch noch unsere youtube playlist hier habe ich zum beispiel im letzten video auch mal das marketing hinter 722 panama analysiert gut dann ja wünsche ich euch viel spaß und erfolg natürlich weiterhin und dann bis zum nächsten video ich freue mich auf euch ciao euer chris